Im Kern geht es bei der Bekämpfung der internationalen Schmugglerbanden darum, dass wir eine Informationsbasis hier bei Interpol bieten, um Informationen zusammenzuführen aus den Mitgliedstaaten der verschiedenen Kontinente. Es geht darum, diese Informationen zusammenzuführen, zu analysieren und sie zurückzugeben an die Mitgliedstaaten als Grundlage für grenzüberschreitende Operationen. Punkt 1. Punkt 2. Wir versuchen, diejenigen Mitgliedstaaten, die unsere Hilfe brauchen, beispielsweise beim Aufbau von Grenzschutzkapazitäten, zu unterstützen, damit diese Informationen zur rechten Zeit an der rechten Grenzstelle auch ankommen, damit erfolgreiche Polizeiarbeit stattfinden kann und damit beispielsweise Reiseaktivitäten von kriminellen Gruppen unterbunden werden können. Wohlgemerkt, diese Aktivitäten zielen auf die Gruppierungen, die organisierten Gruppierungen, die mit dem Leid und der Verzweiflung von Migranten enorme kriminelle Profite machen. Diese Operationen zielen nicht gegen die Migranten selbst. Ich denke, es ist einmal wirklich Interpol zur Verfügung zu stellen, als eine globale Plattform, wo die Experten zusammenkommen. Das ist das Ziel auch dieses taktischen Treffens hier in Lyon heute und morgen, wo Repräsentanten von über 50 Staaten zusammenkommen, Informationen austauschen, ihre Erfahrungen austauschen, Vertrauen bilden zueinander und über Möglichkeiten auch diskutieren, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu verbessern. Wir haben Erfolge in der Vergangenheit gehabt, speziell die Mitgliedstaaten. Aber es gibt sicherlich noch einiges zu tun, um das weiter auszubauen, angesichts der globalen Dimension, auch des Phänomens. Zweitens, wir bieten 17 Datenbanken, die wichtig sind, etwa zur Identifizierung von Kriminellen, von Netzwerken, die wichtig sind zur Identifizierung von Schmuggelrouten, von Arbeitsweisen, unter anderem aber auch, was das Verschieben von kriminellen Erlösen anbelangt. Wir haben Fahndungsnotierungen, die wir weltweit an alle 190 Mitgliedern steuern können, zur Unterstützung von Fahndungen gegen identifizierte Kriminelle. Und wir können schließlich auch Trainingsmaßnahmen anbieten, die die internationale Zusammenarbeit fördern, sozusagen ein breites Spektrum an unterstützenden Maßnahmen, das Interpol bereitstellt. Und das ist im Kern die Aufgabe auch von Interpol, genau das zu gewährleisten. Ich glaube auch, dass hier wieder die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten von großer Bedeutung ist, dass wir sozusagen permanent die Informationen über Erkenntnisse, die in den Mitgliedstaaten gewonnen werden, austauschen, dass wir sie zusammenführen, dass wir sie anreichern mit Erkenntnissen, strategischen Erkenntnissen, die von anderen internationalen Organisationen erzielt werden, dass wir sie zu einem Lagebild aufbereiten, das dann genutzt werden kann, um grenzüberschreitende Operationen zu koordinieren. Und diese Koordinierung ist auch Aufgabe von Interpol, Mitgliedstaaten zusammenzuführen, die Polizeien zusammenzuführen und sie in die Lage zu versetzen, gegen diese sehr dynamisch vorgehenden kriminellen Gruppierungen erfolgreich vorgehen zu können.